Hey und herzlich willkommen zu MeinSelf. Heute zum Thema, was ich an der Schule ändern würde. Und nicht, was ich an der gesamten Schule ändern würde, sondern heute mal nur zum Sportunterricht. Zu allerersten mal sind das die Sportarten, die unterrichtet werden. Ich meine, Sport sollte doch dazu da sein, dass die Schüler fit bleiben, oder? Meiner Meinung nach sollte man das so erreichen, dass man Sportarten unterrichtet, die Schüler auch gerne in ihrer Freizeit machen. Nicht zum Beispiel sowas wie Balken, oder Rec, oder ja, solche Sportarten. Sowas macht kein Schüler, oder fast kein Schüler in seiner Freizeit. Und man sollte lieber sowas unterrichten wie Skateboarden, Inliner fahren, Klettern, oder? Ja, solche Sportarten machen Schüler in ihrer Freizeit. Als nächstes denke ich, dass man Sport nicht benoten kann. Denn Sport ist eine Sache der Begabung, genau wie Kunst zum Beispiel. Man kann es, oder man kann es nicht. Und man erreicht damit, dass man es benotet. Nur, dass die, die es nicht können, sich schlecht fühlen. Das sollte man auf keinen Fall machen. Das war mein Senf. Gebt mir euren Senf in den Kommentaren. Was würdet ihr gerne am Sportunterricht verändern, und welche Sportarten hättet ihr gerne? Solche Videos werden ab heute auf einen neuen Kanal kommen. Den verlinke ich euch jetzt hier irgendwo. Und ja, wenn euch solche Videos gefallen, dann könnt ihr das auch einfach mal in den Kommentaren sagen. Und wenn ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann tut das doch einfach auch in die Kommentare. Und ich entscheide euch so, dann geht's das doch auch in den Kanal. Und ich��고